Peace, Freunde der gepflegten Investitionen. Heute natürlich wieder mit einem neuen Krypto-Video. Bevor wir anfangen, für alle, die neu auf dem Kanal sind, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, aktiviert auch die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und ganz, ganz wichtig, gebt alle mal einen Daumen nach oben, um das Ganze hier ein bisschen anzukurbeln, algorithmus-technisch. Wir haben eine sehr, sehr starke Woche bisher hinter uns. Ging ja schon letztes Wochenende los, dass da plötzlich alles gestiegen ist. Und gerade auch in der Top 10, so Coins wie Ripple, BNB, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, es ging ja extrem ab. Also was wir hier für Gewinne jetzt verbuchen konnten, die letzten, ich sage jetzt mal 5 bis 7 Tage, ist schon enorm. Auch ein Dogecoin, ich will ihn eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, aber auch ein Dogecoin wird gerade extrem gepusht. Ich will den aber nicht gut reden. Ich freue mich für jeden, der in Dogecoin irgendwie jetzt mal kurzzeitig seine Gewinne gemacht hat, aber das ist ein Shitcoin, das ist ein Memecoin und hat einfach keine Funktion. Deswegen erhofft euch da jetzt nicht zu viel, weil ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Ja, soll ich jetzt in Doge? Ich habe gehört, der geht jetzt über Nacht auf 1 Euro, der geht bis morgen auf 2 Euro, 3 Euro. Das ist Schwachsinn. Also gut, köpft mich, wenn es so ist, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass Doge da irgendwie auf 1 Euro geht. Ich meine, wir haben jetzt aktuell Stand heute um die 13, 14 Dollar Cent und das ist schon echt heftig. Ich habe es schon mal gesagt, ich hatte 1 Million Dogecoin. Naja, aber abgehakt ist abgehakt. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Artikel über Cardano. Cardano druckt neues Allzeithoch. Brücke zu Ethereum kommt. Cardano, ADA druckt ein frisches Allzeithoch und liegt damit voll im Trend. Was steckt neben der allgemeinen Bullenstimmung hinter der jüngsten ADA-Rally? Eine grüne Welle hat den Kryptomarkt erfasst. Im Fahrwasser des Krypto-Flaggschiffs Bitcoin surfen auch die Altcoins zu neuen Rekordständen. Ganz vorne mit dabei, ADA, das native Asset der Cardano-Blockchain. Schon zu Wochenbeginn gelang es dem ADA-Kurs, den zuletzt hartnäckigen Widerstand bei 1,20 Dollar zu knacken und damit einen wochenlangen andauernden Seitwärtstrend zu beenden. Nun stehen die Zeichen bei ADA auf dunkelgrün. Mit 1,52 Dollar hat ADA ein neues Allzeithoch aufgestellt. Zu Redaktionsschluss handelt ADA bei 1,48 Dollar und konnte damit binnen eines Jahres um über 4.000% zulegen. Was steckt hinter der Cardano-Rally? Zunächst einmal gilt für Cardano, was für alle Altcoins gilt. Steigt Bitcoin, profitieren in der Regel auch seine Epigonen davon. Die Korrelation lässt sich in Zahlen ausdrücken, wobei gilt, ein Wert von 1 bedeutet, dass sich beide Kurse im Gleichschritt bewegen. Liegt der Wert im negativen Bereich, spricht man von einer negativen Korrelation. Hier bewegen sich die Kurse in entgegengesetzte Richtungen. Eine Korrelation von 0 bedeutet schließlich, dass sich zwei Assets völlig unabhängig voneinander entwickeln. Von den drei konkurrierenden Netzwerken, Ethereum, Cardano und Polkadot, hat der Branchenprimus ETH mit 0,78 eine stark positive Korrelation zum Bitcoin. Auch der Kurs von Polkadot, DOT, korreliert zunehmend mit BTC. Zu Redaktionsschluss liegt der Wert bei 0,65. Ich werde euch hier auch nochmal ein Bild einblenden von einem Chart. Also hier sieht man nochmal die Korrelation von ADA und BTC in grün, Ethereum und Bitcoin in rot und DOT und BTC in blau. Die Korrelation zwischen Bitcoin und Cardano befand sich dagegen seit Ende 2020 auf dem absteigenden Ast. Der deutlich erkennbare Sprung von 0,2 auf 0,36 binnen eines Tages deutet darauf hin, dass ADA auch vom neuen BTC-Allzeithoch profitiert hat. Cardano – Smart Contracts in der Pipeline Die starke Kursentwicklung, die ADA in den letzten Monaten an den Tag gelegt hat, geht jedoch nicht nur auf die Kappe bzw. Krone von König Bitcoin. Das Cardano-Projekt konnte zuletzt deutliche technologische Fortschritte verkünden. Im Juli 2020 führte Cardano die Hard Fork Shelly durch, mit der das Staking von ADA auf das Mainnet übertragen wurde. Mit Mary folgte ein weiteres Update, das die Funktionalität von Cardano erweitert hat. Seit der Integration von Mary ist es möglich, eigene Token direkt auf der Cardano-Blockchain ohne dabei den Umweg über einen Smart Contract nehmen zu müssen, wie es bei Ethereum der Fall ist. Nicht, dass man eine Wahl hätte, denn bislang unterstützt das Cardano-Netzwerk noch keine Smart Contracts. Die soll sich allerdings noch in diesem Jahr ändern. Aktuell arbeiten die Cardano-Entwickler unter Hochdruck an der nächsten planmäßigen Hard Fork, Alonso. Ein Kernbestandteil von Alonso ist die Smart Contract-Plattform Bluetooth. Mit Bluetooth wird es möglich, Smart Contracts und dezentrale Anwendungen in Klammern D-Apps für Cardano zu erstellen. Das Testnetzwerk für Alonso soll bereits Ende April an den Start gehen. Bis Ende Juni soll Alonso im Testnetz erprobt werden. Im August soll die Integration von Alonso in das Mainnet von Cardano erfolgen und dem Projekt endgültig die Pforte in die Welt von D-Apps und DeFi aufstoßen. ADA Ethereum-Brücke steht vor der Tür. Möglicherweise wird ADA jedoch schon deutlich früher Einzug in den DeFi-Space halten, den nach wie vor Ethereum dominiert. Das Projekt Okam-Fi steht unmittelbar vor seiner Veröffentlichung. Okam-Fi bezeichnet sich selbst als Smart DeFi-Layer für Cardano. Mit Okam-Razor wird das Okam-Cardano ein Lunchpad bescheren, auf dem sich neue Cardano-Projekte via Groundfunding finanzieren können. Der Clou? Okam-Razor wird es auch Ethereum-Nutzern ermöglichen, in Cardano-Projekte zu investieren. Okams Cross-Chain-Brücke ist essentiell für die Bereitstellung von angemessener Liquidität. Für diese Pools, die es Ethereum-Nutzern ermöglicht, Projekte zu finanzieren, die auf der Cardano-Blockchain aufbauen und nahtlos Liquidität von Ethereum in das Cardano-Ökosystem zu verschieben. Projekte, die über Okam-Razor gestartet werden, können diese Cross-Chain-Brücke nutzen, wodurch Projekte, die auf Cardano starten wollen, Zugang zu Ethereums Nutzerbasis und Liquidität erhalten. Der Countdown für den Lunch von Okam läuft. Schon heute Nachmittag, Stand 14. April, soll das Projekt an den Start gehen. Ob es dem Projekt tatsächlich gelingen wird, die Ethereum-Community in großem Maßstab anzuzapfen, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. Man merkt auf jeden Fall auch wieder an dem Artikel hier, dass ADA weiter Gas gibt, weiter durchzieht, ihre Projekte Stück für Stück webt und da einfach kontinuierlich was Neues bringt, beziehungsweise man sieht einfach die Fortschritte. Was ich damit sagen will, ist einfach, ADA hat jetzt die letzten zwölf Monate kontinuierlich geliefert, Stück für Stück. In diesem Jahr wird auch nochmal viel passieren, gerade was die Smart-Contract-Lösung angeht, weil da viele Stimmen noch so ein bisschen, was hat ein Cardano bisher geliefert, so sind. Ich sehe das Ganze auf jeden Fall anders. Gerade Charles Hoskinson ist meiner Meinung nach ein extrem guter Entwickler, ein extrem schlaues Köpfchen, der das sehr, sehr gut zu Cardano passt oder sich damit auch gut identifizieren kann. Deswegen meiner Meinung nach ein sehr, sehr starkes Projekt immer noch. Ich präsentiere das jetzt schon ein paar Monate. Wir haben jeden Monat Gewinne mitgenommen, jeden Monat ist das Ding gestiegen, auch wenn der März jetzt relativ mager war. Aber ihr seht, was die letzten Tage jetzt auch wieder los ist. Also da ist Potenzial ohne Ende. Man muss natürlich aber dazu sagen, das ist jetzt kein Projekt, wo man mal mit 50 Euro irgendwie da reingeht oder sonstiges und dann sonst was erwartet. Also ich sage mal, für richtige Kleinanleger ist das eigentlich nichts, aber für alle, die realistisch sind oder auch ein bisschen mehr investieren wollen, da ist sowas, denke ich, schon nicht verkehrt. Aber man muss halt einfach das Ganze realistisch sehen. Also das ist, wie gesagt, kein Projekt, was du jetzt mal 100 machst in den nächsten 12 Monaten. Das ist einfach nicht realistisch. Man muss es einfach so sehen. Man muss es realistisch sehen. Und ja, deswegen finde ich es einfach wichtig, das auch dazu zu sagen. Sonst natürlich Glückwunsch an alle, die da jetzt schon seit ein paar Monaten drin sind oder auch schon seit letztem Jahr drin sind. Freut mich natürlich. Auch die ganzen Nachrichten, die ihr mir auf Instagram schreibt, freut mich. Und ja, was ich noch ansprechen wollte, ihr könnt sehr, sehr gerne in die Krypto-Gruppe von mir, in den Discord-Server. Dort habt ihr im Endeffekt auch verschiedene Gleichgesinnte, die auch auf dem Kryptofilm sind, wo ihr euch austauschen könnt, wo ihr jeden Tag Kryptoberichte bekommt. Und ja, auch falls ihr Probleme habt, irgendwelche Fragen habt oder sonstiges, das wird dort in der Regel auch beantwortet. Deswegen, jeder ist dort gerne willkommen, gerne gesehen. Was müsst ihr dafür machen? Einfach auf Twitch abonnieren. Ihr könnt das Ganze auch mit Amazon Prime machen, wenn ihr das habt, dieses Filmeportal. Dann ist es sogar umsonst. Da könnt ihr jeden Monat einen Streamer eurer Wahl kostenfrei supporten. Sonst kostet das Ganze, ich glaube, 4,99 Euro, also 5 Euro. Ist, denke ich, ein Schnapper. Und ja, für alle, die Bock haben, ich wollte es nochmal kurz ansprechen. In diesem Sinne bin ich raus. Viel Spaß beim Investieren und wir hören uns spätestens morgen. Ciao, ciao. 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 Ciao.